Es ist eine große Herausforderung, die Tricks zu meistern und sich immer ständig weiter zu entwickeln. Das ist Freestyle für mich. Ich bin der Yannis, ich bin 20 Jahre alt, ich fahre Freestyle seit vier Jahren. Die Faszination Freestyle ist für mich, dass ich neue Leute kennenlerne, vor allem die Action dabei auch habe. Mein Lieblingstrick ist der Loop, das ist der Vorwärtssalter. Der ist relativ einfach, aber macht sehr viel Spaß, weil man sehr hoch fliegen kann. Es geht darum, immer weiter hoch zu kommen und das macht es schwer. Ich fahre Freestyle-Kajak seit ungefähr zwei bis drei Jahren und beim Freestyle-Kajak kommt es darauf an, über einen langen Zeitraum sich Technik anzueignen, um immer den nächsten schwereren Trick fahren zu können. Die Boote sind sehr kurz, meins ist zum Beispiel 1,72 Meter lang. Meine Füße sind ungefähr hier vorne, also es ist nicht mehr sehr viel Platz. Die haben sehr viel Volumen vorne und hinten in den Enden, damit man sehr gut die Tricks fahren kann.